Guten Tag, Milan Ilic bin ich. Ich bin fast 50 Jahre alt, seit 20 Jahren wohne ich in Wien. Ich bin akkreditierter Auslandsjournalist in Österreich und ich wohne hier ständig mit meiner Familie. Und seit fast 25 Jahren, das bedeutet fast halbes Leben, habe ich diesen Mantel. Und die Geschichte geht so, ich habe Material von meiner Mutter bekommen, mehr Meter von erstklassigem Stoff, von einem sehr bekannten Produzenten in Ex-Jugoslawien. Und dann habe ich mich entschieden, einen Mantel zu machen. Und eigentlich, das ist mein Design, oder modifiziertes Design von einem Militärmantel. Und das ist, Militär ist auch Teil meiner Familie, weil ich stamme aus einer traditionsreichen Offiziersfamilie. Und dann bin ich zum Schneider meiner Frau gegangen und zufällig, er hatte Schnitt für Militärmantel. Und dann sagte ich, okay, wir modifizieren, wir nehmen weg die Epauletten, Umschlag machen wir nicht. Und noch ein paar kleine Details habe ich geändert und er hat dann einen tadellosen Job gemacht. Und jetzt, ohne falsche Bescheidenheit, es ist noch immer für mich sehr schwierig, in Wien zu sehen, ein besserer Mantel.